Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vince und ich haben mal wieder gebastelt. Natürlich haben wir was weihnachtliches, winterliches gebastelt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich finde die Ergebnisse einfach so wunderschön und super süß. Und die werden wir natürlich zu Weihnachten verschenken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem Video. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Als erstes brauchte ich von jedem Kind einen weißen Fußabdruck. Und daraus mache ich jetzt einfach zwei Schneemänner. Ein bisschen bunte Farbe, ein paar schöne Formen und es ist wirklich super easy. Also ich bin wirklich kein Mensch, der gut zeichnen kann. Aber auch ich habe hier ein schönes Ergebnis erzielt. Ich bin wirklich kein Mensch, der gut ist. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Schneeflocken. Svea schaut uns in der Zeit immer fleißig zu. Für das zweite DIY habe ich hier zwei runde Kreise aufgezeichnet. Und Vince benutzt diese Spülbürste anstatt eines Pinsels und grüne Farbe. Und damit wird jetzt erstmal zwischen diesen zwei Kreisen entlang getupft. Und mit ein bisschen Glitzerfarbe und einer Schleife wird daraus ein Weihnachtskranz. Viel Spaß beim Nachmachen.